Hey Leute, ich find's wieder, euer Rotax und herzlich willkommen zur nächsten Folge hier in Staffel Nr. 2. Diesmal bei Roulette, ich habe jetzt kein extra Event-Video daraus gemacht, einfach weil ich hier nur die ersten, ich weiß gar nicht wie viele Minuten das sind, dürften irgendwie nur die ersten 3 oder 4 Minuten sein. Wo wir hier bei W Roulette rumlaufen, es ist ja immer das gleiche, ich habe jetzt nicht vor, da bei jedem Roulette-Video, oder besser gesagt bei jedem Roulette-Event ein eigenes Event-Video zu machen, einfach aus dem Grund, weil es halt, naja, weil es dann halt zu viel wird. Ich hoffe, man, naja, man verzeiht mir das, aber wird schon passen. So, jetzt sind wir hier auf jeden Fall wieder auf der 3 am Campen gewesen, wieder mal, wie immer halt, klassisch mittlerweile, ich stehe irgendwie immer auf der 3, ich weiß auch nicht warum, ich heiße ja nur RT333 oder irgend sowas. Hat auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht mit euch, es gab auch viele, viele Dinge zu gewinnen und ich weiß eigentlich nicht ganz, was dieser rallige Ralf hier vorhat. Ich meine, eigentlich steckt es ja eh schon in seinem Namen drin, der war halt ein bisschen rallig. Ich, ist, boah, wie soll ich das erklären, wie soll ich das jetzt den Jüngeren und euch erklären, YouTube ist ja erst ab 13, von dem ja, wäre nicht so, als würde da Bescheid wissen oder sowas, dass der Typ nicht, also gut, er hat keinen Nacktskin, kommt mir gerade, sehe ich jetzt gerade, ich dachte schon, hä, hinten hat er ja gar nichts an, aber er hat keinen Nacktskin, weil man keine Sachen bei ihm erkennen kann, deswegen, glaube ich, passt das eh schon so. Alter, wie falsch das Ganze auch hier aussieht. Ich werde jetzt mal aufhören, hier so blöd über diesen ralligen Ralf hier zu kommentieren, ich lasse es einfach mal so stehen im Raum, genauso wie der rallige Ralf wahrscheinlich irgendwas anderes gerade stehen lässt und jetzt bin ich auch dann gleich schon wieder raus hier. Wo waren wir gerade? Ja, bei Roulette hat auf jeden Fall wieder richtig viel Spaß gemacht, hier mit den ganzen Leuten rumzustehen, rumzukampen auf der 3, wie eh und je. Hier zum Beispiel hat die 3 gewonnen, das war richtig, richtig krass. Und da hat es geheißen, ja, diesmal Power-Runde von Armagedox oder Aragorn war das. Hat es geheißen, es ist eine Power-Runde. Das hat bedeutet, dass alle, die hier auf der nächsten Zahl richtig stehen, dass die da automatisch einen Kopf gewinnen. Und die waren, glaube ich, von The Speed gespendet, die nächsten Köpfe hier. Und auf jeden Fall danke nochmal dafür. Habe hier auch einen 10k Kuchenkopf, glaube ich, dann bekommen von dem Aragorn. Und wie gesagt, hat richtig viel Spaß gemacht, wieder mal mit euch hier ein bisschen Roulette zu spielen. Und für alle, die sich gerade denken, ey RT, du machst die Folgen ja gerade so wie in der ersten Staffel. Ja, das stimmt natürlich auch. Die Folgen werden ähnlich sein wie in der ersten Staffel. Ich werde auf jeden Fall versuchen, mehr live zu machen. Wirklich, ich werde es versuchen. Aber es gibt natürlich immer noch ein paar Sachen, die man einfach nicht live kommentieren kann. Ich kann jetzt nicht hier zwei Stunden sitzen und hier live Roulette kommentieren. Ihr wisst, wie das ist. Da habe ich nachher eine Mundtrockenheit von 100%. Also da kann ich nachher gar nichts mehr machen. Da muss ich mal wieder drei Liter, keine Ahnung, Mineralwasser trinken, damit das wieder geht. Aber das, glaube ich, verlangt man keinem ab, dass man hier zwei Stunden sitzt, alles nachkommentiert, alles kommentiert bei Roulette. Oh mein Gott, was wird für eine Zahl kommen. Es ist die Nummer 27, da stehe ich nicht. Nächste Zahl, es ist die Nummer 13, da stehe ich auch nicht. Also das könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen, ist nicht so spannend. Deshalb, wie gesagt, im alten Stil, im alten Nachkommentierstil. Ich hoffe, das passt. Ich habe mein Mikro jetzt noch einmal verändert. Ich hoffe, das hört man auch ein bisschen an der Qualität oder auch an, wie man mich hört, also wie ich mich anhöre. Ich halte jetzt nicht mehr so wie jetzt hier, wie früher, sondern ich sollte jetzt mich ganz klar und deutlich anhören. Ich hoffe, das passt so für euch. Und ja, wie gesagt, hier nochmal der irgendein Typ gewesen. Ich habe den Namen gerade irgendwie zu spät gesehen. Wie gesagt, nur die ersten paar Minuten hier ein bisschen Roulette am Start. Und hier war nochmal gleich das Silvester-Roulette von Arma drangehangen. Also es waren ja zwei Roulettes in letzter Zeit, zwei Roulette-Events. Ich habe da, wie gesagt, jetzt ganz kurz vorne bei einer Folge reingepackt. Einfach aus dem Grund, weil es jetzt nicht so spannend ist, hier ganze Zeit Roulette zuzuschauen. Und ja, wie wird es auf jeden Fall weitergehen in den nächsten Folgen? Ich werde vielleicht mit Fabius eine kleine Farming-Folge machen. Das heißt, wir werden da ein bisschen zeigen, wie man auf Cutcon so Geld verdient. Wie man am besten zum Beispiel an Sand, an Stein, an Erde, an irgendwelche anderen Materialien rankommen kann. Das könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Habt ihr Bock auf irgend sowas? Dann bringe ich das raus. Dann zeige ich euch quasi, wie man hier auf Cutcon so ein bisschen Farming gehen kann. Dann so ein bisschen Blödsinn machen mit dem Fabius-Elf-Kart. Bitte mal in die Kommentare oder Daumen nach oben, Daumen nach unten für Ja bzw. Nein geben. Dann weiß ich, ob ich das raushauen soll oder nicht. Und ja, was haben wir da noch so? Was haben wir da noch so? Ein bisschen wieder gewonnen hier. Und wenn man eben zweimal richtig steht bei so einem Roulette-Event, dann bekommt man eben einen Teamler-Kopf. Gebe euch eine Paysafe-Kart, wenn er T-Net gewinnt. Lieber ShackFX, ich hätte jetzt gerne eine Paysafe-Kart von dir. Ich weiß noch nicht, wie viel, aber 10 Euro, 20 Euro reichen schon. Da mussten wir jetzt nicht so viel geben. Und Heinerlicks, Cherry666, ich hasse euch von ganzem Herzen für It's a Prank. Alleine für diese scheiß Nachrichten, ihr Spaß beiseite. Aber ihr Lieben. So, und hier habe ich nochmal auf meinen Sporngest super lecker Bestechungs-Danke-Kuchen für Ignaz natürlich gebaut. Und wäre, also es wäre übrigens kein Problem, lieber Ignaz, wie gesagt, wenn du da irgendwas doppelt da lässt. Oder wenn da sich irgendein Item doppelt verpackt oder so. Wenn da jetzt zufällig dann zwei Köpfe von meinem Grundstück stehen statt einem, habe ich da eigentlich auch nichts gegen. Könnt ihr euch wahrscheinlich auch vorstellen. Jo, und wie gesagt, nächste Folgen ein bisschen mehr live, ein bisschen mehr Baufolgen. Ein bisschen mehr, ja, interaktives, pseudo-interaktives Zeug halt hier mit euch. Wie gesagt, könnt ihr mal gerne irgendwie schreiben, wie ihr gerade so die Staffel 2 findet. Wie ihr das alles hier so findet. Es gibt auf jeden Fall nächste Folge eine kleine Baufolge. Also garantiert nächste Folge wird es eine kleine Baufolge geben. Ein bisschen, was ich schon so getan habe bei dem neuen Warp. Die Villa wird ja mittlerweile schon gebaut, die ist schon im Bauen. Ich brauche immer noch richtig viel Quarz und blauen Lehm, Alter. Ich war so viel Lehm farmen, ich kann es gar nicht mehr sehen, diesen scheiß Lehm. Und hier habe ich mir auf jeden Fall meinen Heino-Kopf abgeholt, falls ihr gerade wissen wollt, was ich hier eigentlich so treibe gerade. Das ist ein Teamler-Kopf. Heino 88 heißt er, um genau zu sein. War ich bei meinem Spawner mit ein paar Leuten, den abholen. Hat auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht, mit euch hier so ein bisschen Blödsinn zu machen. Hier den Patrick-0905 wollte ich hier runtergraben, damit ich meinen Kopf abbauen kann. Was ist? Ich grabe mich selber runter. Ich bin so ein Spasti. Aber gut, kann passieren. Das Leben ist nun mal so. Ab und zu ist man Spast, ab und zu halt nicht. So läuft das nun mal. Und die habe ich mir den Heino 88 Kopf geholt. War auf jeden Fall richtig, richtig nice. Bei der Wortverlosung wieder mal gewonnen. Ich weiß gar nicht, wer das diesmal gemacht hat. Ich glaube, Eragon war das. Auf jeden Fall, danke nochmal für die Wortverlosung hier generell an alle Teamler. So ein bisschen gewinnen, schadet auch nicht. Und ich hoffe lieber, ich weiß gar nicht, wer das gemacht hat. Auf jeden Fall lieber, ich glaube Armagedox war es. Ja genau, Armagedox war das. Ich hoffe, die Paysafe-Karte ist angekommen. Die 25 Euro für den Kopf hier. Das ist natürlich eh klar. Ich habe da alles manipuliert. Ich habe hier alles gehackt. Und hier Kopf auf E-Mail-256 gesetzt. Greets Iggy. Läuft bei dir, Ignaz. Hat auf jeden Fall wieder richtig viel Spaß gemacht. Und für alle, die sich hier denken. Lieber RT, du hast hier wirklich Armagedox bestochen für diesen Kopf. Natürlich nicht. Genauso wenig, wie ich Ignaz hier bestochen habe mit dem Kuchengass. Damit er hier irgendwie Doppelköpfe da lässt oder sowas. Das ist ja alles nur spaßhalber. So und hier habe ich noch eine ganz lustige Szene aufgenommen. Und sowas kann man einfach nicht live kommentieren. Hier habe ich zufällig S2 eingegeben. Also Slash S2. Und bin hier in Seppys XP-Farm gespawnt. Und der ist halt da gestanden. Und ich dachte mal so, ich stelle mich so in sein Sichtfeld, wo er mich nicht sieht. Und schlage mal alle Mobs tot. Und der denkt sich dann sicher so, what the fuck, was passiert hier gerade? Und da kommt eben so, lol. Was denn da quasi passiert gerade? Kann ich mir irgendwie vorstellen. Hier bin ich erschrocken. Ja klar, wenn man da irgendwie steht XP-Farmen will. Eigentlich niemand hier rein kann in den Raum. Aber ich mich eben ausgelockt habe. Und hier dann eben wieder gespawnt bin. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt klatsche ich dir mal alle Mobs hier vor der Nase weg. Hat auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht, so ein bisschen den Sammy zu pranken. Und ja, ich kann euch schon mal so viel versprechen. In der nächsten oder übernächsten Folge. Wahrscheinlich übernächste, weil es ja nächste in der Baufolge gibt. Gibt es einen wunderschönen Prank. Und auf den freue ich mich schon so, so sehr. Ich habe mich schon so auf meine Rache gefreut. So, so sehr, Leute. So fucking sehr. Ach, schön ist das. Ihr werdet es dann sehen. Ich habe einen von den beiden. Beskan und Seppi haben ja, wie gesagt, ganz, ganz viel Zeit investiert, meinen Chunk auszugraben bei Verotax. Und deswegen habe ich mir gedacht, Rache ist süß, Rache ist und bleibt sexy. Deswegen, ja, werdet ihr dann wahrscheinlich sehen, was ich da gemacht habe. Hat auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht. So. Und hier bin ich nochmal Office 2 am Spawn. Bei Mark Kuhle, der hat mir hier gezeigt, wie man so ein bisschen, wie soll ich sagen, wie man so ein bisschen durch die Welt sliden kann, durch die Welt gleiten kann mit einem Boot. Und zwar, wenn man hier einfach drüber fährt und dann Wege drückt hält, kann man einfach so in egal welche Richtung, kann man hier einfach irgendwo rumfliegen, kann hier mit dem Boot rumfahren. Leider habe ich das Schiff dann hier irgendwie erwischt. Ganz, ganz unprofessionell wieder mal. Aber hat auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht, hier einfach mit dem Boot so rumzuschleiden. Ich glaube, es geht von Höhe 256, von ganz oben auf jeden Fall, geht es runter bis zum Spawn eben. Da kann man sich alles machen, alles gönnen, was man so will halt. Ja, und ist auf jeden Fall eine coole Idee, da irgendwas zu bauen. Vielleicht mache ich mir das auch nochmal bei Verotax. So was man da rumfliegen kann, auch für Non-VIP-Sets, die quasi da so rumfliegen können. Und jetzt geht es hier mal los, weil wir ja nicht genug Live-PVP schon haben, jeden Samstag. Jetzt geht es hier los mit einer Runde Q gegen Luxus-PVP hier am Start gerade. Mal schauen, ob ich gegen den Gewinn oder eben nicht. Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall hier nochmal vier kurze Runden Live, also nicht Live, aber PvP halt. Nachkommentiertes Deal wie eh und je. Übrigens, das würde mich auch interessieren, ob euch das Live-PVP besser gefällt oder auch das Nachkommentierte hier im Server-Tagebuch, wo ich halt so ein bisschen Blödsinn rede. Zack, hier nochmal ein bisschen weggeschlagen in den Luxus-PVP. Hier nochmal ein bisschen ge-Bow-Spam und nochmal ge-Fuck, ich glaube, das geht sich nicht aus. Ich verliere es ziemlich sicher. Ja, das verliere ich ziemlich sicher. Das könnte ich nicht gewinnen. Da hatte ich, er hatte keine Chance. Es war einfach zu krass. So, jetzt mal die Dramatik rausnehmen wieder. Der Niko D war hier nochmal am Stizzl. Die Bissl, so habe ich nochmal ein bisschen gegen den gekämpft. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich gegen den gewonnen habe, aber normalerweise schon. Der kann normal gar nichts. Also Niko D, der ist ein richtig schlechter PvPler, wie ihr dann gleich sehen werdet. Hoffentlich. Ich glaube, ich nehme mir gerade nicht irgendwie das vorweg, dass ich hier krepiere. Richtig schlecht, aber normalerweise kann der Niko D gar nichts von dem her. Klatschen wir den jetzt gleich mal. Ja, das sieht gut aus, das sieht gut aus, das sieht echt gut aus. Also, wie gesagt, null PvP-Skill hier am Start. Also, ich habe beide Heilträger noch gehabt. Das sieht man absolut keine Anzeichen von PvP-Skills. Deswegen, ja, richtig schlecht gekämpft, muss ich echt sagen. So, jetzt geht es hier weiter in der nächsten Runde gegen Nurok hier dieses Mal. So, gegen den verliere ich bestimmt. Der hat richtig krasse Skills. Also, ach so gut, ich zähle die Skills gar nicht. Aber, ne, das sieht ganz gut aus für mich. Ich glaube, der gewinnt trotzdem nicht. Ich glaube, ich bin hier gerade richtig am Rasieren, kann das sein. Warum nehme ich eigentlich gerade keine Heiltränke? Ich habe weniger als Hälfte Leben und nehme keine Heiltränke. Ich bin schon irgendwie grenzwertig behindert manchmal. RT, nimm einen Heiltrank. RT, nimm einen Dankeschön. Ich dachte schon, ich nehme wirklich keinen Heiltrank und verreck dann irgendwie noch oder so. So, und jetzt geht es wieder direkt ran. Kombo des Todes. Oh Gott, das war richtig bad. Kombo des Todes, komm schon. Komm schon, RT, das schaffst du, komm schon. Ne, das schaffe ich nicht. Alter, wie schlecht war ich eigentlich. Vorher habe ich ihm so gut gegeben. Aber naja, macht nichts. Hat er halt gewonnen, GG. Und jetzt sieht die letzte Runde. PvP nochmal am Start gegen den, wer ist das? Ewig, 67. Komm schon. Alter, RT, du triffst so kacke. Also manchmal, wenn ich mir so im Nachhinein zugucke, denke ich mal, Alter, mein Bogenskill, mein Bogen Aim, das ist fast so gut wie der von, keine Ahnung, einer besoffenen Katze, wenn die Mäuse fangen will oder irgend sowas. Die liegt einfach nur auf dem Rücken und versucht sich zu drehen. Oder eine Schildkröte, die man auf dem Rücken gedreht hat. Genau so fühle ich mich da wie eine Schildkröte, die man auf den Rücken gedreht hat. Ganz bösartig. Ich kann auf jeden Fall da irgendwie gar nichts. So, hier nochmal ein bisschen gegen Ewig. Am Fighten. Zack, komm schon. Also wenn ich das nicht schaffe, dann bin ich echt schlecht. So, ja, würde ich gerade sagen. Hau dir bitte den zweiten Heiltrank auch rein, lieber Rotax. Komm schon, das schaffst du. Das sollt gehen. Auf jeden Fall bedanke mich. Ich wurscht, wie der Kampf ausgeht. Schon mal fürs Zuschauen. Ja, das habe ich geschafft. Bis dann, Leute. Euer Rotax. Und viel Spaß noch beim nächsten Folgenzuschauen und so.